So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play WoWD PvP, Paladin Power, weiterhin zusammen mit dem guten Drownlord, hallo. Hallöchen, lieber Craft, hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground-Kommentary, in dem Fall mit dem Craft, mit dem Aspringer hier, Paladin Power, ja, die letzte Aufnahme, da hat leider mein OBS-Studio rumgesponnen, deswegen habt ihr nur die Sichtweite vom Draft, was aber scheißegal ist, weil, ja, also wir hatten Spaß, ich fand's super lustig, ich hoffe, die Zuschauer fand's auch lustig, wir haben ja auch fast gewonnen, das wär schon mal was, ja, aber auch nur fast, gell, so, und diesmal läuft auch die Aufnahme, ich seh, ja, ey, das ist echt zum Konsens, echt blöd, tut mir leid für die Zuschauer, mein Gott, was soll man machen, so ist es halt. Ja, der Versuch war da, das ist das Einzige, was... Genau, ich muss grad nochmal schauen, hat sich irgendwas geändert bei mir? Nö, nur mein Equip. Nice. Ja, das hab ich einfach... Ja, das hab ich einfach transmockt, so. Ja, das, ja gut, zum letzten Mal hab ich jetzt nicht transmockt, aber zu meinem, zu meinem eigenen BG-Kommentary davor hatte ich gemockt. Da hatte ich das T... Ja, die... Hatte ich... Was hatte ich... Ich hatte... Genau, ich hatte es T2 gehabt. Das ist Liederne, ne? Ja. Ja, ich hatte es T2 gehabt, weil... Ja, genau. Nee, das... Hatte ich das? Das hatte ich davor gehabt. Ich hab das T2 gehabt auf Wunsch eines, ähm, auf Wunsch eines Zuschauers. Da hab ich gemeint, ja, kann ich machen, da hab ich, glaub ich, zwei, drei BGs aufgenommen. Das Liederne, äh, hatte ich, glaub, hatte ich dazwischendrin mal wieder gehabt, ja. Das ist eigentlich... Ich find das total schön. Musst mal gucken, welche Waffe ich da... Welchen Ashpringer ich in Legion mocken kann. Den Liederne vielleicht. Gibt ja sogar einen, ne? Ja, den Shattered, heißt der. Nee, nicht Shattered. Nee, Shattered, nee. Shattered ist der, dieser... Mit dem Blitzen... Der Zerbrochen, also. Genau, genau. Ja, wie der Name sagt. Oh, das war grad'n geiler Gleiter, hast du den gesehen? Ja, das ist sehr lange. Super. Halber, man. Applaus. Geil. Okay, wer nimmt denn einen Bersi von denen? Keiner, cool. Geil. Image, nein, ich fühl nicht. Oh, der Fliegt, oh, Bäh. Ah, direkt Dispelt. Boah, krank, ey. Place. Äh, hast du... Wer hat einen Bersi? Wer hat einen Bersi genommen? Keine Ahnung. Da ist ein Warioer. Let's do it. Ist das schon wieder getrackt? Ah, ne, vorhin hatten wir auch einen Russen, der so ähnlich hieß mit deinem Add-on da. Ja, aber jetzt wird er gerackt. Ich bin auf dem Heilpriest hier. Ey, ich dachte, da sitzt einer drin mit dem im Chopper, das ist dieses Chauffeur-Mount von Erbstücken. Ja, Heilpriest ist da und da ist die Eule... Die Eule hat Inline. Komm, stirb, stirb, stirb. Eulen sind so dumm designt. Ja, ist doch so. Bubble. Was macht... Ja, was macht denn die Eule? Was macht eine Eule und ein Shadow? Was machen die? Ja... Die lassen sich treffen. Gucken, was leuchtet so. Ja, genau. Ja, aber ganz einfach. Es stirbt doch endlich. Endlich ist er down. Nice. Welche ist es dann? Ah, scheiße. Aber die haben echt einen Blutiker und der nimmt die Flagge. Ah, ne, der hat nur Blutgräser. Okay. Ich muss hier weg. Es wird zu viel. Dahinten ist der Heilpriest wieder. Ich sterbe. War mir eben schon zu viel. Ich werde sterben. Ja, doch, doch. Ja, klar. Nein, ich habe es verdient. Okay. Ich bin ja voll rein. Dann ist gut. Ja, unser Schocken kommt ganz gut. Den spreche ich jetzt auch nochmal rein. Einfach so. Als Opfer Lamm müsste den Schocken nicht mehr lappen hinten. Richtig, ich wusste ja. Da hinten. Bleibt bei mir. Kämpft nicht, wenn ich da schreide. Nein. Hütet mich. Ah, sie geben alles. Sie zieht halt Bubble. So. Oh, ich habe die Musik viel zu laut gehabt. Ups. Um Gottes willen. Ach, einmal mit Profis, gell? De-Abo. Da hätte echt ein Ziel-Token noch rein. Ich kriege ja gar nichts. Oh, zweimal fürs Team ihr Opferd. Wir haben einen Punkt. Das ist das Wichtigste. Echt Amateure hier. Also ich. Ja, unglaublich. Ich auch. Macht nichts. Ich muss mir auch meine Bubble mal umlegen. Ja, ey. Boah, schlimm. Das ist immer so das Schlimme. Wenn man den Schadern anfängt öfter zu spielen, dann fasst man, oder bei mir, fasse ich mir immer selber an den Kopf, so wie ich das hier alles liegen habe. Ich bin ja dann auch noch so, ich spiele ja auch zwei Schamanen zum Beispiel, beide auf Heal, aber habe bei anderen auch komplett andere Bindings gelegt. Das ist so bescheuert einfach. Ja, ich mache es mir immer selber schwer, so weil ich einfach die Herausforderung suche. Ey, jetzt grippen die mich hier und alles. Dabei will ich doch nur den Hunter da hinten töten. Will nur den Hunter töten. Oh yeah. Hast du ein bisschen Heal für mich? Warte mal, ich tue mal den. Äh. Ich bin gerade Bomben. Fäkalruid. Oh, ich habe gerade nicht mal Heal für mich, glaube ich. Uuuuh. Hast du eine Opferung? Oh oh. Ich kriege nicht. Oh 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 oh. Schmuck. Hast du noch eine Opferung? Boah, ne heilige Sperrte. Das werden ja auch immer mehr. Das werden ja immer mehr. Das waren ja vier Leute. Das waren ja vier Leute. Ich sehe es gerade. Na, ich habe extra Wings gezogen, um mich am Leben zu halten. Oh. Oh, wie nett ich zu dir bin. Ja, mega. Ne, das wird hier nichts. Da ist noch der Heiler. Das waren gerade auch einfach immer mehr. Ich versuche noch irgendwie zu überleben und zu zu ärgern, aber es wird nein tatsächlich. Manchmal muss das einfach sein. Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja auch probiert, hatte zum Glück Bubbeln noch. Wo ist denn unsere Flagge hier? Der wird mir hier angezeigt, irgendwo. Hä? Unsere Flagge ist, äh, bei dem Häuschen, ja. Ja, da ist sie. Ich sehe sie. Wo ist denn der Ali eigentlich? Sollten wir auf die Eule gehen. Oh, 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 oh. Du hast eigentlich noch volles Life bei mir. Du bist doch geheilt. Ich habe den Flaggenträger gesehen. Der Schorke hat den hart penetriert gerade auf jeden Fall. Ah, ich sehe ihn. Ach, der ist bei der... Hier unten. Der ist wieder zurück, ja. Ja, aber deren ist da hinten. Ja, sieht so aus. Deren ist hier mit, ja. Diese beide gerade auf jeden Fall. Er ist mit dem Zerg. Ah, stirb, du Mistkrieger! Ne, absorbieren? What? Ah, das glaube ich nicht. Das ist echt schlimm. Also seit gestern... Ich habe ja gestern gestreamt mit meinen... Mit den paar Leuten wieder aus der Freundesliste. Das ist echt unglaublich, wie aggressiv die irgendwie sind. Die Zimmer nicht da oben. Jetzt verre... Gut, ich werde hier eh verrecken. Das ist gerade... Im Moment ist es schlimm. Ja, gerade läuft nicht so schön wie am Anfang irgendwie, ja. Seit ein paar Tagen ist es echt schlimm. Ich suche mir jetzt erstmal einen Posten, wo ich vielleicht nicht instant verrecke, wenn ich reingehe. Das ist gerade gar nicht so einfach irgendwie. Der ein großer Zerg batzt hier auf unserer Seite einfach. Ja, ist ja eigentlich richtig. Wir kommen immer vereinzelt, die sind im Zerg. Also so machen wir das ja auch. Ja. Deswegen kontrollierter Zerg. Fertig. Da kannst du nichts gegen tun. Das geht nicht. Das ist richtig, das stimmt. Wenn der Zerg auf den FC geht, fertig. Das ist im RBG ja nicht wirklich anders. Was ist denn die Eule? Kein Support-Schalter. Der Lümmel. Wir sind jetzt... Unverschämt. Ich bin jetzt hier drinnen mit noch Zweien. Mit Tyson. Ich bin auf dem Weg. Oh, jetzt nervt mich der Mage hier. Ich bin auf dem Weg. Das war's für ein Schurken. Okay. Jetzt sind hier beide Flaggen im Raum. Ah, das ist doch ein Heiler mit dabei, oder? Nee, ist ein Shadow. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on, come on, come on. Ja, hab sie. Prima. Bam. Ach, da bist du. Siehst du, deine heilige Präsenz hat mich gerade nochmal gestärkt einfach. Ja, golden bin ich ja, ne? Ja, siehst du. Ein Engel. Bam. What? Bam. Oh, jetzt hab ich auch den Krieger nochmal gekriegt. Der mich vorhin so abgeschmeckt hat hier, die Sau. Bleib stehen, du Mistpriest. Ah, wird der geheilt? Das glaube ich ja nicht. Ja, er hat aber immer, der Priest. Er ist im Stun. Ein Mischtier verwandeln, oh, beste Insigne ever. Mann. Äh, verwandelt der Mage mich und haut mich instant wieder raus, ey. Damit rechne ich auch nicht. Weil das kann, Stun ihn. Ich bräuchte Heal, ne? Ja, sowohl zu dem Thema. Wie war das? Einmal mit Profis? Meine Reaktionszeit sind keine drei Sekunden. Das waren nicht mal drei Sekunden, hab ich viel zu beinhalten. Hör mal, du bist blutjung. Du musst Dinges sehen, bevor ich sie sehe. Ich sehe, dass ich sterbe. Reicht das? Hab ich ihn mitgenommen? Nee. Ach, der wurde doch schon wieder. Funfact für die Zuschauer. Der Craft ist so, der kann fast Papa zu mir sagen. Ah. Nein, Quatsch. Oder Sugar Daddy. Oh. Nein, Quatsch. So jung ist er nicht. Das stimmt. Peace Wolf. Er darf jetzt endlich spielen. Ja, endlich. Ohne elterliche Freigabe. Geil. Es gibt ja sogar Leute, die ich kenne, die haben eine elterliche Freigabe. Dass das Internet dann quasi morgens um drei ausgeht, so. Da kann man sich das doch wohl voll sparen, oder? Wie langweilig, ey. Meine Mutter hat mich um drei Uhr angemaut, wenn ich nicht... Ich soll letztendlich Kisten ausmachen und ins Bett gehen. Ja, siehste. Ist so. Um drei. Da sind die zwölf Jahre alt, oder so. Und das Internet geht um drei aus, oder? Und mit zwölf lage ich um neun im Bett, oder so. Voll schlimm. Der Ansatz ist ja schön, aber... Ich glaube, die Super Nanny würde das nicht mitmachen, so. Nee. Die den Heilern nicht. Haben sie gar keinen? Weiß ich nicht. Ah, einen Eisblock haben sie. Mist, Schweine. Wir müssen versuchen, den Breast am Leben zu halten. Und danach den Mage töten. Hallo, Hunter! Oh, fuck. Muss ich bubeln. Bubel? Ja, der... Die blöde Eule hat mich da voll erwischt gehabt. So ein Lümmel. Ah, da hinten ist noch ein Hunter. Den Hunter neben da... Ah, nee, du hast nicht mehr so viel... Nee, ich krieg da nur ins Gesicht. Oh, ja, ich merk's gerade. Eulen sind lächerlich. Aber den... Will ich trotzdem noch mitnehmen hier? Eulen sind lächerlich, sorry. Läuft mir hinterher und drückt mir einfach nur Kamehameha-Handskreuz, obwohl er nix tun muss. Shadow genauso. Der schmeißt in der Kaskade, mich hat jetzt gleich sogar die Kaskade getötet. Oh, nee, der Deadly-Shot. Ich nehm alles zurück. Ey, wie heilt er sich grad so krank? Was ist mit ihm? Elf Prozent. Nein! Oh, ich hab ihn noch eklig. Nice. Ja, tötet mich. Ja! Rache. Win-win. 1-1. Win-win. Ah, nee. 5-6. Mano. Das heißt nicht... Balow, BC. BM-Hunter gegen DotLock. Typische Win-Win-Situation. Ach ja. Nein, die haben ausgeglichen. Die Schweine. Ich hol mal die Flacke. Ehrlich, ey. Ganz schlimm. Nee, der Schoko holt die Flacke. Ab dich. Yay. Ja. Hab ich noch mal? Ja, noch mal. Jetzt hat er dich geschieben. Nee, jetzt hab ich dich nicht mehr. Diesmal hab ich extra nicht Insigni gezogen, weil er mich wieder direkt rausgehauen hat. Die Sau, ey. So, Hand der Freiheit. Boah, ich krieg ja nur ins Gesicht hier. Vor allem, wo kommen sie jetzt denn alle her, verdammt? Sind die jetzt alle... Mauerfall, alle kommen sie hier rüber. Siehst du? Sindbar wieder. Lässt sich nicht vermeiden, die Thematik. Nee, gell? Allgegenwärtig. Das ist doch ein Diszi hier, oder? Jawohl. Watz. No! Alter, was war das? Oh, da ist... Ey, ich seh die ganzen Leute immer mich. Schimärenschuss 130, meine Fresse von hinten, ey. Ja, gut. Ah ja, wir sind wieder dabei, zusammen am Friedhof stehen. Schön. Gut doch. Ja, das ist halt Treffpunkt vorne, ne? Ja. Oh, Mann. Bleibt vermutlich auch so. So, wo ist er denn? Gute Frage. Der kommt da noch weiter. In der Mitte ist er doch. Die Sau. Oh, hier ist schon wieder ein Hunter. Du schfick dich jetzt mit deinem Schimärenschuss, ey. Das sind zwei Hunter. Oh, das sind zwei. Siehst du, ich seh den schon wieder gar nicht wieder. Ah. Um Gottes willen. Braucht neue Brille, siehst du? So findet man's raus. Hast du dann als Sehtest so nicht mehr irgendwelche Zahlen und Buchstaben vorne stehen, sondern ein BG und du musst da Hunter zählen. Bam. Nein, schon wieder ein Sperrfeuer von Hiep. Ach, ich kotze, ey. Scheiße, Feral. Du, Iden fucken mich eher am meisten ab, so. Was fuckt dich so am meisten ab als RBG-Pala seit 30 Jahren? Sogar Paladine selber. Ja, hast du dich selber am meisten? Ja, nee, ach, keine Ahnung, das ist je nach Laune. Was gerade reinzumachen. Ja, ach, grundsätzlich hab ich mit allen Problemen und keine Probleme. Nee, das ist echt so. Also ich, klar, die eigene Spezialisierung als Gegner wird immer angegriffen. Das merke ich auch immer, wenn da Redrichs sind. Die greifen gefühlt immer nur mich an und ich greife immer nur die an. Einfach zu zeigen, du hast, es kann nur einen von uns geben. Hier ist nur Platz für einen von uns zwei und du für dich nicht. Und ich beanspruche als Tau ja schon sehr viel. Nee, pff, unterschiedlich. Also was mich eigentlich mehr so ankotzt, ist alles, was irgendwie automatisch ist. Oder wo du halt einfach wenig machen musst. Das ist zum Beispiel Shadow und Eule. Als Shadow verteilst du deine Dots, du kriegst deine Prox und damit machst du den Schaden. Du musst, ja, du musst den Kremlers aufbauen und so weiter, bla bla. Aber letztendlich machst du da nicht viel. Und halt Eulen, weil Eulen, ja, die lassen sich anhauen und drücken dir einfach was ins Gesicht. Und dann halt, ja, oder ein Frost DK mit seiner automatischen Autoslow. Hallo, Autoslow auf die ganze Gruppe. Wie lächerlich ist das denn? Das Lustige ist, diese ganze Scheiße, oder beim Afflealock, dass du deine Dots auf mehrere Ziele direkt verteilen kannst. Früher hast du alles einzeln dotten müssen, heute kannst du auf Ziele verteilen. Gostet zwar Splitter oder irgend sowas, aber du kannst es machen, es ist doch scheiße. Ja, und dieser Quatsch ist einfach, äh, ja, der ist einfach spielbar. Das ist das Schlimme da dran. Ja, der Quatsch ist spielbar. Stehst nichts nach im Grunde dann, ja. Ich meine, es geht natürlich auch anders. Ich habe ja mit, äh, gut, unsere Airbag-Gruppe, die läuft ja im Moment nicht. Das wird wahrscheinlich erst mit Legion wieder anfangen. Äh, da wurde so klassisch gespielt, dann so wie es in Cutter zum Beispiel noch war. Da hast du dann, äh, Ma- oder, ja doch, Ma-Scrib und dann alles Mögliche drüber, was geht. Da kommt dann eine Smoke drüber, da wird AE geslowed, AE-Stun und so Geschichten. Ähm, Sachen vorher aufgebaut, dann wird das getimt und dann fallen da Ziele um. Nicht einer, da fallen mehrere um. Naja, das klingt doch schön. Hat die Flagge gerade stehen lassen? Ja, weil das kann. Wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich hat er irgendwas benutzt, dass, äh, äh, ja. Schönes, hohe ihr Wings, ja. Cooler Typ, cooler Typ auf jeden Fall. Nicht schlecht, hab ich auch noch nicht gesehen so. Letzter Angstschiss einfach nochmal schnell eine Flagge hinlegen, vielleicht lasst es sich in Ruhe. Kommt der stirbt, der Hunter, genau. Bam, nice. So, hier ist wieder Mr. Ich lass mich schrifieren. Bats. Nein, Mr. Heiler. Ich geh mal in den Heiler. Das ist ein Stun. Macht irgendwie nichts. Oh, jetzt habe ich das Wasser-Element-Rei getroffen, ich hasse mich. Kann sagen, wieso komme ich da jetzt nicht raus? Ich habe den doch... Scheiße. Wow, 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 ach Mann. Das war, nee, war gar nicht so. Ich wurde glücklicherweise ins Wasser geschubst auf die andere Seite und kann jetzt regnen. Nice. Ich wurde auch auf eine andere Seite geschubst. Nämlich das Reich der Toten. Yay. Voll geil hier. Alles schön grau. Ey, 13-0 hat der Schorke von denen. What? Ah ja, der snipet die Leute. War das krass. Schön assi, ey. Mit Werfen steht da immer irgendwo. Krittet dann die Sau. Mit Werfen. Snipe-Schorke. So, wir haben die Flagge. Eine Minute zwölf noch, wir brauchen die jetzt noch. Huck, huck, huck. Let's do it. Wo ist ein FFC? Ah, die stehen da schon wieder alle, ey. Wie die Geier, gell? Jetzt gibt es nichts Wichtiges. Ja, schlimm, ey. Richtig krank, als gäbe es da Flaggen gratis, ey. Söte denen das Aufhalten der Flagge jetzt den Sieg bringen, ja. Richtig Schlawiner, Mann. Oh, auf Wiedersehen, Kollegin. So, was haben wir hier? Steht noch ein Hunter rum. Ah, jetzt haben wir sie schon verloren wieder, ich kotze. Ist doch eklig. Nee, nicht hier betäuben. Was ist denn schlecht für die Speiseröhre? Eben. Betäuben, Abschreckung, Sprengfalle, was ist denn mit dem, ey? Der hat einmal sämtliche Fähigkeiten auf eine Tasse gebeinigt. Ja, das kann ja sein. Boah, cheap Todesgriff. Oh, Bubble. Ja, nix da. Schwarz. Oh, aufgeräumt hier, die Schweine. Da ist noch ein Kräger. Ah, das ist wieder der Zwerg, ja ey. Der hält immer die letzten Prozent, der hält ja immer richtig aus. Wie gesagt. Oh, beide hemmen auch schön lieber, ja. Ja, klar. Das ist der Schurke, das ist der 13-0-er. Geben wir ihm die Eins. Let's do this. Bam. What? Von der Klinikbring, die Sau. Nein, es wolle nur vier. Ah, dammit. Ja, aber war Wahnsinn. 15, aber die Statistik versaut, das war's wert. Das war nur das Ziel. Hauptsache die Statistik versaut. Ja, guckt mal 15-0 und jetzt, ja. Äh, Schweine, der regt sich wahrscheinlich jetzt mehr auf als wir. Das war's wert. Wobei im Endeffekt war es ja unentschieden, ne? War es ja unentschieden. Ja, natürlich. Das dritte BG im Geiste wäre ein so hoher Sieg, dass wir den eh nicht zeigen dürften, ja. Weil die Allianz uns komplett Motivation verloren hätte. Ach so, oh. Ja, stimmt. Kein mathematisch jetzt. Wenn wir jetzt noch eins machen würden, dann, siehst du ja. So einfach ist das. Stehst du da vorne wieder? Ja. Ja, klar. Ich steh da, wo ich, äh, ne? Kann mich nicht bewegen. Ich kann ja mal in den Stammplatz gehen. Oh. Ja. Gehen wir mal hin. Achtung. Das ist cool mit dem Licht an der, mit der, mit der Fackel. Das sieht total cool aus. Wow. Glorious. Oh mein Gott. So, Kassette, 19 Gold. Geil. Ja, Freunde. Das waren unsere beiden Baller-BGs. Zwar nicht gewonnen, aber mindestens Sieger der Herzen. Ich sag mal, damit kann man jetzt leben. Ja. Und, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und insofern würde ich sagen, haut rein und macht es gut. Ja, war sehr, sehr lustig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter, Facebook, irgendwo werdet ihr mich schon finden. Der Link, äh, von, ja, der Link, genau. Der Kanal von Craft ist natürlich verlinkt. Er verlinkt natürlich meinen auch, oder? Na sicher. Ja, natürlich, gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.